SVW in Wiesbaden wieder Drittligist. Die Lehre nach dem Absturz. Der Abstieg des SVW in Wiesbaden aus der zweiten Bundesliga markiert einen bitteren Wendepunkt in der Vereinsgeschichte. Nach einer durchwachsenen Saison und schlussendlich dem Scheitern in den Relegationsspielen gegen den SSV Jan Regensburg ist die Enttäuschung innerhalb des Vereins und der Anhängerschaft riesig. Doch was bedeutet dieser Abstieg für die Zukunft des Vereins und welche Lehren können daraus gezogen werden? Der Saisonverlauf 2023-24. Zu Beginn der Saison 2023-24 war der Optimismus bei den Verantwortlichen des SVW in Wiesbaden groß. Nach einer ordentlichen Vorsaison, die mit einem soliden Mittelfeldplatz endete, wurden gezielt Verstärkungen geholt, um den Traum vom Aufstieg in die ersten Bundesliga zu verwirklichen. Doch bereits in der Hinrunde zeigten sich die ersten Schwierigkeiten. Die Mannschaft fand nie zu einer konstanten Form. Verletzungen wichtiger Spieler, taktische Fehlentscheidungen und ein Mangel an Teamgeist führten zu einer Serie von Niederlagen, die den SVW in Wiesbaden kontinuierlich in Richtung Abstiegsplätze drängten. Trotz eines Trainerwechsels zur Winterpause blieb die erhoffte Trendwende aus. Am Ende der regulären Saison stand fest, der Verein musste in die Relegation gegen den SSV Jan Regensburg. Die Relegationsspiele. Eine Enttäuschung auf ganzer Linie. Das erste Spiel der Relegation fand im heimischen Stadion in Wiesbaden statt. Trotz der lautstarken Unterstützung der Fans und einer kämpferischen Leistung reichte es nicht mehr zu einem Sieg. Das Match endete mit einem enttäuschenden 1-1, was wenig Hoffnung für das Auswärtsspiel in Regensburg gab. Im Rückspiel zeigte sich die Mannschaft verunsichert und konnte dem Druck nicht standhalten. Der SSV Jan Regensburg dominierte das Spiel und gewann letztlich mit 2-0, was den Abstieg des SVW in Wiesbaden besiegelte. Die Folgen des Abstiegs. Der Abstieg in die dritten Liga hat weitreichende Konsequenzen, sowohl sportlicher als auch finanzieller Natur. Der Verlust der TV-Gelder und Sponsorenverträge bedeutet ein erhebliches finanzielles Loch im Vereinsitat. Bereits jetzt wird über mögliche Spielerabgänge spekuliert, da Leistungsträger den Verein verlassen könnten, um weiterhin auf höherem Niveau zu spielen. Doch es sind nicht nur die finanziellen Aspekte, die den Verantwortlichen Sorgen bereiten. Auch die sportliche Zukunft ist ungewiss. Der Wiederaufstieg wird ein hartes Stück Arbeit, besonders wenn wichtige Spieler den Verein verlassen. Zudem ist die dritten Liga bekannt für ihren hohen Wettbewerbsdruck und die enge Tabelle, was die Aufgabe nicht gerade erleichtert. Der Trainer und das Management im Fokus. Neben den Spielern stehen auch der Trainer und das Management des Vereins im Fokus der Kritik. Viele Fans und Experten machen die Verantwortlichen für den sportlichen Niedergang verantwortlich. Vor allem die Entscheidung, den Trainer während der laufenden Saison zu wechseln, wird von vielen als Fehler angesehen. Der neue Trainer hatte nicht genügend Zeit, seine Ideen umzusetzen und die Mannschaft auf ein neues Niveau zu heben. Präsident und Sportdirektor haben angekündigt, den Verein grundlegend reformieren zu wollen. Es sollen neue Strukturen geschaffen und die Professionalisierung vorangetrieben werden. Ob diese Maßnahmen ausreichen, um den Verein schnell wieder in die zweiten Bundesliga zu führen, bleibt jedoch abzuwarten. Die Rolle der Fans. Auch die Fans des SVW in Wiesbaden treffen der Abstieg und die ungewisse Zukunft des Vereins hart. Doch gerade jetzt ist ihre Unterstützung wichtiger denn je. Viele Anhänger haben bereits angekündigt, auch in der dritten Liga hinter ihrer Mannschaft zu stehen und sie in jedem Spiel lautstark zu unterstützen. Der Verein plant, durch verschiedene Maßnahmen die Bindung zu den Fans zu stärken. So sollen beispielsweise regelmäßige Fantreffs und öffentliche Trainingseinheiten organisiert werden. Ziel ist es, den Zusammenhalt innerhalb der Fangemeinschaft und zwischen Verein und Fans zu stärken, um gemeinsam den Weg zurück in die zweiten Bundesliga zu bestreiten. Die Konkurrenz in der dritten Liga. Die dritten Liga ist bekannt für ihre hohe Leistungsdichte und die großen Herausforderungen, die sie mit sich bringt. Vereine wie 68 München, 1. FC Kaiserslautern oder Eintracht Braunschweig gehören ebenfalls zu den Anwärtern auf den Aufstieg und werden dem SVW in Wiesbaden nichts schenken. Die Mannschaft muss sich auf harte Kämpfe einstellen und jede Möglichkeit nutzen, um Punkte zu sammeln. Neu in der Liga und dennoch ein ernst zu nehmender Konkurrent ist auch der Nachwuchs der Bundesligisten. Mannschaften wie Bayern München 2 oder Borussia Dortmund 2 gehören zu den leistungsstarken Teams, die in der dritten Liga regelmäßig für Furore sorgen. Auch ihnen muss der SVW in Wiesbaden mit Respekt und voller Konzentration entgegentreten. Chancen und Perspektiven. Trotz des schmerzhaften Abstiegs gibt es auch Lichtblicke und Chancen. Die dritten Liga bietet die Möglichkeit, junge Talente weiterzuentwickeln und zu fördern. Der Verein kann durch gezielte Nachwuchsarbeit langfristig eine stabile Basis schaffen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Zudem können talentierte junge Spieler aus der eigenen Jugend oder aus niedrigen Ligen verpflichtet werden, die ihre Chance in der dritten Liga suchen. Mit der richtigen Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten könnte der SVW in Wiesbaden eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen, die nicht nur in der Liga bestehen, sondern auch für Aufsehen sorgen könnte. Die Saison wird eine Bewährungsprobe für den Verein, die Spieler, den Trainer und die Fans. Doch vielleicht schaffen sie gemeinsam das Wunder und kehren schon bald in die zweite Bundesliga zurück. Fazit. Der Abstieg in die Dretzis. Liga ist für den SVW in Wiesbaden zweifellos ein herber Rückschlag. Doch in der Krise stecken auch Chancen. Der Verein hat die Möglichkeit, strukturelle Veränderungen vorzunehmen und sich sowohl sportlich als auch wirtschaftlich neu zu orientieren. Mit dem unbedingten Willen, den Wiederaufstieg zu schaffen und der Unterstützung der treuen Fans kann der Verein gestärkt aus dieser Herausforderung hervorgehen. Vor allem ist es jetzt wichtig, Ruhe zu bewahren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, wohin die Reise für den SVW in Wiesbaden geht. Eines steht jedoch fest. Der Weg zurück in die zweiten Bundesliga wird kein leichter sein, doch er ist auch nicht unmöglich. Quellen. Saisonverlauf 2023-24. Warum der SVW in Wiesbaden Abstieg. Wiesbadener Kurier. 28. Mai 2024. Relegationsergebnisse und deren Folgen. Kicker. 30. Mai 2024. Kritik an Trainerwechsel während der Saison. Fußball News. 31. Mai 2024. Die Fans stehen hinter ihrem Team, auch in der dritten Liga, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. Juni 2024. Autor Anita Farke. Mittwoch, 29. Mai 2024.